geliebter mensch mit großer freude lade ich dich heute zu dieser geführten meditation ein und mit jedem wort welches ich zu dir spreche fließt bereits die energie der liebe zu dir denn ich habe mich geistig der spiritualität geöffnet und die engel eingeladen so dass sie uns mit ihrer liebe umhüllen können und es ist gerade in der jetzigen zeit sehr wichtig dass wir die männliche seite unseres kollektiv mit dieser liebe berühren dürfen und so bitte ich dich der du heute hier bist mit mir gemeinsam eine energie kugel der liebe entstehen zu lassen und so nimm bitte beide hände halte sie zu einer molde zusammen und bitte gottes liebe um die energie von smarana in diesem moment strömt die energie in deine hände und du kannst förmlich fühlen wie du einen energie ball der liebe in händen hält und nun bitte ich dich diesen energie ball der liebe so weit auszudehnen wie es dir möglich ist lasse ihn so groß werden wie du selbst bist so groß wie dein raum so groß wie dein haus so groß wie deine stadt so groß wie deutschland so groß wie die erde und alle energie kugeln der liebe welche jetzt in diesem moment ausgedehnt werden senden wir auf die erde zu jedem menschen und in erster linie zu unseren männlichen begleitern diese energie wird da sein sie wird nicht beeinflussen aber sie wird leuchten und sie wird es möglich machen dass die spiritualität leichter erkannt wird sie wird es möglich machen dass unsere männer sich leichter öffnen können diese energie sie ist jetzt einfach da sie ist geschickt mit der liebe unserer seele mit dem wunsch mit dem großen wunsch dass der aufstieg sich bald vollziehen darf und dass auch unsere männer dabei sein werden und so senden wir nun jeder seinen persönlichen wunsch in diese energie auf die erde so wie ihr euch es vorstellt dass der aufstieg sein kann mit unseren männern zusammen ich gebe dir ein wenig zeit damit du dir dieses bild richtig schön ausmalen kannst das ist Und dann nach einer Weile, nachdem dein Bild so wundervoll in allen Farben strahlt, lass es einfach dort, wo du es hingeschickt hast auf der Erde, lass es da. Die Energien werden sich ausdehnen und verbinden mit allen anderen Bildern und es wird ein Bild des Aufstiegs entstehen, welches für die Erde wichtig ist. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst und dass wir zusammen dieses Bild erstellen durften. Ja und dann komme langsam wieder in deiner Geschwindigkeit zurück in dein Hier und Jetzt, zurück an den Punkt, wo du diese Meditation begannst. Aber mit einem Gefühl, dass du etwas Großartiges vollbracht hast, dass du insgesamt den Aufstieg unterstützt hast mit deiner Liebe und mit Gottes Liebe. Bewege Hände und Füße und sei dann wieder ganz da. Bewege Hände und Füße und Füße und Füße und Füße und Füße und Füße. Bewege Hände und Füße und Füße und Füße und Füße und Füße.